Ein Familienvater aus dem Ländler hat den Euro-Millionen-Checkpot geknackt und steht jetzt vor der Qual der Wahl. Was tun mit 29 Millionen Euro? Wir haben uns einmal schlau gemacht und einen Experten gefragt, wie man so viel Geld denn am besten anlegt. Das kommt immer darauf an, auf die Risikobereitschaft des Kunden. Normalerweise wird so ein großer Betrag, sollte sehr diversifiziert angelegt werden, also das heißt, der Anlageberater nennt das Assetklassen, also dass man in Aktien, Anleihen, Fonds, Rohstoffe, Immobilien anlegt. Aber sogar wenn jetzt ein so großer Betrag von 29 Millionen risikolos angelegt wird, dann kann man davon 94.000 Euro im Monat an Zinsen lukrieren. Berechnet wird das ganz einfach mit dem Taschenrechner. Wenn man einen Betrag von 29 Millionen Euro mit 3,89 Prozent kästfrei anlegt, ergibt das einen Jahreszinsbetrag von über einer Million Euro. Dies wird dann durch zwölf dividiert und so kommt man auf monatlich rund 94.000 Euro Zinsen, die verbraucht werden können, ohne dass das Kapital angegriffen wird. Die sind auch einkommenssteuerfrei, also da muss nicht mehr ans Finanzamt abgeführt werden. Da glaube ich, kann jeder auskommen damit. Nun haben aber die wenigsten von uns so viel Geld. Ab welchem Betrag rentiert es sich, denn Geld anzulegen? Das rentiert sich eigentlich schon ab relativ kleinen Beträgen. Wir bieten zum Beispiel ein professionelles Vermögensmanagement ab 15.000 Euro an, wo jeder Kunde, der 15.000 Euro hat, ihn wirklich weltweit veranlagen kann und auch dieses Vermögen einfach streuen kann und damit das Risiko minimieren. Bernd Brodinger selber hat bisher noch keinen Lottogewinner als Kunden. Aber sehr wohl Kunden, die Millionen haben, die aber wirklich die meisten dafür arbeiten mussten oder das aus dem Familienvermögen gehabt haben. Danke.